so hallo da sind wir wieder mit hifi rush ich hab das problem mit meines dunklen bildschirms gelöst es war hdr unschön aber naja es funktioniert ja jetzt endlich so nach dem laden eines deines spielstandes befindest du dich im unterstöpfen nimm die gelegenheit war dich mit nützlichen zu bevorraten du kannst du das jedoch weitermachen wurde aufgehört hast indem du vom sofa aus dein auf deinen check auf deinen checkpoint zugriffst ja wie ich gemerkt habe spielt das spiel automatisch ja jetzt muss noch die steuerung wieder wissen da wir jetzt aber alles gemacht haben mit ihr schon gesprochen habe gehen wir direkt mal weiter ne nächstes level jetzt bin ich aber gespannt mission report so this spectra program is like i said top secret and only the top brass of the company have info on it why are you so worried spectra could be anything let's just say someone on the inside gave me a hot tip sure whatever anyway we're gonna go back up to the production facility using my skills and your powers we break into the production head's office that's reka and with our luck she's busy cleaning up your mess at qa and won't be there we access our computer steal the files on spectra and get out cool cool i was listening but sounds quick and easy great while you're away i can sync up with your tech through 808 might figure out some new tricks for you what you aren't coming on a mission this dangerous i'm not that stupid i'll leave that to you all right wait are you employing oh my god so then one bar i'm here baby yeah what are you talking to just head to reka's office you can see it up there pretty high up you'll have to head through the main production building but i'll be your guide try to keep a low profile come on it away let's have some fun yeah that's schaffen we're sure so let's go straight umschauen ob wir was findet oh wie cool das hier auch oh das ist wirklich wie so eine serie ne mit den ganzen credits hier mag ich draufschlagen ne da ist nix okay so das spiel bisschen leiser denn wir müssen wieder ein rhythmus finden hallo okay Jawoll. Aha. Nice. Okay. Wollte ich einfach noch testen. Gucken wir mal weiter. Hier geht es wahrscheinlich eher lang. Können wir nicht kaputt machen. So, was ist das hier? Nicht gesendet, Beschwerde. Nicht gesendete E-Mail-Entwurf von O5K-ID. An die Personalabteilung. Ich will keine großen Umstände machen. Aber angesichts dessen, dass ich die Verantwortung für den zentralen Garten in der Produktion trage, bin ich neugierig, aus welchem Grund existiert. In unseren Anzeigen heißt es, er dient dem Austausch zwischen den Büros. Aber tatsächlich sind die Angestellten angehalten, den Garten nicht zu betreten. Das verwirrt die Angestellten. Denn er ist zwar wunderschön, wird aber nie benutzt. Ganz zu schweigen von meiner Arbeit und der meines Teams, um ihn marktlos zu halten. Zudem frage ich mich, welchem Zweck das wohl größte Hackenlaborett der Welt dient. Okay. Ja. Hier hoch. Hier hoch. Ja, Batterie. Batterie, Batterie. Wie überhaupt hier hoch? Ich glaube nicht, ne? Ne. So, dann müsst ihr mich hier durch, wahrscheinlich nicht, wa? Ja. Jetzt, wenn ich was kaputt mache? Ne. So. Wo kommen die Gegner? Wann kommen die Gegner? Wie kommen die Gegner? Was kommen die Gegner? Na, okay, schau. So. Hey, da ist Kale. Und das ist, was ihr Name? Der alte Vandalay-Boss. Äh, Roxanne Vandalay? Sind Sie ernsthaft, Chai? Sie hat die Firma aus dem Grund aufgebaut. Weiß deine Geschichte. Sie hat sie gezwungen, zu schreien. Ah, nur schuldig, wo es ist. Hä? Wem interessieren deinen Kapitalisten, du? Keine Bock auf die. So. Was steht denn hier? Ups, falsche Schasse. So. Da sind noch weitere Kisten, die wir mitnehmen können. Boom. Ich mag es einfach, sorry. Der Rhythmus ist halt so gut. Ein, zwei, drei, vier. So. Das Husten ist zwar noch bei mir ein bisschen da, aber ich werde immer und immer gesünder. Dann laufen wir mal jetzt hier hin. Und, ist hier was versteckt? Ne. Okay, nichts versteckt. Nix hier, außer Kisten. So. Ist hier noch was? Ne. Immer schön, als ich irgendwas suche. Oh, oh. Stinky. Oh. Boom. Oh, fuck, war kack. Boom. Warte, ich habe das nächste Mal getroffen. Oh. Boom, Junge. Ey, yo. What the fuck, Bro. Boom. Nochmal. Bam. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, oh. Ich muss viermal drücken. Oh, fuck. Ich muss das viermal drücken. Okay. Bam, Junge. Oh, warte. Ich habe noch fehlt. Okay. Bam, Junge. Ey, yo. Ey, yo. So. Bam. So was. Oh, Leute. Da lebt ja noch jemand. Oh, der lebt ja auch noch. Was? Okay. Jetzt ist er weg, ne? Ja, er ist explodiert. Bam. So was war. Easy. Ja, mein. Aber ich habe nur C bekommen. Das wird schon. Keine Sorge. Boom. Das wird schon, du. So, da ist man die Sachen hier nehmen. Sehr gut. Hier können wir auch durch. Oh, was machst du denn hier? Warum geben sie mir solche unrealistische Beispiele? Sie wollen mich die großen Boxen mit diesen kleinen Händen. Ja. Das ist schon ein bisschen traurig. Kinderarbeit, ne? Das wird ja nicht geduldet, du. Ui. Wieso komme ich hier nicht hoch? Ich wollte noch gucken, ob da was war. Ja, klar. Hallo? So. Ich war noch nicht fertig. Sieht das alles noch was? Ja. Ich habe Augen. Ich habe Artlaugen. Wupp. Zack. Und das hier noch. Jawoll. Elektro. Elektro-Heil-Kärter. Endeffekt. Er hat mit Viertheit. Lass sie nicht komplett erhalten sein. Okay. Komm. Hup. Und weiter geht's. Okay. Barm, Jungs. Was? Oh, was ich gesagt habe. Doch, ich komme da nicht runter. Ich habe nur den Kopf hingekriegt. Ich will doch rein. So. Was ist denn hier los? Ich fühle mich aktiv hier. Holy shit. Hier ist eine Bewegung. Nicht schlecht. Meine Sache. Ich wollte die haben. Hier ist bestimmt was. Hier geht's runter zumindest. Will ich die Fässer kaputt machen? Ja. Weiter geht's. So. Das hier vielleicht. Nee. Nichts hier. Was ist das hier? Automatische Aufzeichnung der Personalpferde. Automatisch aufgezeichnete, in Text umgewandelt. Dialog von Warther. 7, 3, 4, 1, 4, 4. Gewiss von Delay Personalvorschriften an die Personalpferde übermittelt. Hörbar, paranoider Ton. Ja. Tja. Ehrlich ist der ganze Raum automatisiert. Und ich denke mir, sobald wir Roboter die Produktionsanlage fertiggestellt haben, was passiert dann mit unseren Stellen? Verlieren wir sie an Maschinen, die besser automatisiert automatisieren als wir? Aber wie automatisiert kann man eine Automatisierung werden? Ach, wie auch. Aber wie automatisiert kann eine Automatisierung werden? Werde ich deswegen verschrottet? Robotische Schluchtsgeräusche dauern 25 Minuten. Oh nein. Ihr Arme. Nee, ihr seid wunderbar. Ihr habt Wert. Ihr seid kein Schrott. So. Erstmal hier alles mitnehmen. So. Und nicht hier was? Nee. Oh. Jawoll. Ja, das direktiert mich was. Oh. LB. Oh, geil. Wie geil war das denn? Okay, geil. Wunderprächtig. Ich brauche. Ich habe nur die Melodie gelauscht. Das war ja ziemlich cool gerade. So. Hier kommt da jetzt was. Bestimmt Großes, nicht wahr? Nö, doch nicht. Vielleicht hinter dir, dieser Tür. Erstmal hier nachschauen. Das kann ja alles mögliche versteckt sein. Die Krone hier zum Beispiel. Wir brauchen so viel es geht, denn wir wollen mehrere Upgrades haben, nicht wahr? Bop. Bop. So. Und, oh, habe ich da was übersehen eventuell? Nee, ich glaube nicht. Hier vielleicht auch nicht. Dann gehen wir mal hier hoch. Hey. Hey. Oh. Das bin ich. Nee, nee, nee. Das bin ich. Das bin ich, du. So. Gibt es hier noch eine andere Stelle, wo ich ran kann? Nö. LB. Boah. Boah. Oh. Okay. Oh, nice. Bam. Nice. Das ist ziemlich cool. Bam. Ja. Oh, fuck, fuck, fuck. My bad. Bam. Bam. Easy, 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 easy. Bam, 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 bam. Eins. Zwei. Oh. Hab aufgelangt zu greifen. Aber wir sind es da auch nicht, wahr? Jawohl. Oh, da kommt ein neuer Gegner. Out of my way. Oh. Out of my way. Hey, he's mei. Das war einer schwarze Nägge, Alter. Komm her, ne? Bam, ja, ne? Eins. Zwei. Out of my way. Go to be the explosion. Boah, bin schön. Boah, 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 boah. Get there. Okay. Ty, at least find a back route maybe. Ja, versuch mir doch mal. Wow. Ähm, looks like a path through there. Ja. Easy. Aber lass mich doch ein bisschen Spaß haben. Wie mal, klatschen alle weg? Ja, kein Problem. Immer so. Da fuck es dies. Eins, zwei, drei. Neu, falscher Gitarrenrett. Uh. Ich kann auch Sachen erbeuten. Ich verstehe. Da können wir lang. Äh. Wie geht das mit Dalla? Hier ist auch was versteckt, nicht wahr? Hallo. Bam. Bam, 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 bam. Oh, da kann man durch wahrscheinlich. Nur muss ich gucken, wie man da durchkommt, natürlich. Hallo, ich will das angreifen. Genau. Zack. Zack. Äh, ups, oder? Aufpassen, wie kann ich jetzt durch? Oder muss ich doch erst mal woanders... Oder kann ich da durch? Oh, la. Kann ich da nicht durch? Nee, kann ich nicht, okay. Ich dachte doch... Alles gibt übrigens gar kein Problem. Was denn? Hallo. Ja, wie geht's, Buddha? Buddha, Buddha. So, wir müssen dann irgendwie... Hier dann. Boom. Oh, hier hoch. Oh, wird fast runtergefallen. Hoppa. 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 Hello, da ist wieder unser Tutorial-Guy. Puh. Bam. Und hier erstmal durch. Ja, schau mal. Da saubert und... Oho. Ja, wie die. Ja. Ein Raffetins. Jawohl. Perfect. Alles Gifix. Gar kein Blubi. Guck mal. Kommt schon mal drüber. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Aber ich kann ja die Sachen von hier aus sein einsammeln. Boom. Siehst du? Ja, easy. Äh. 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 Oh. Hello there. I can feel a very special attraction between you and I. Oh. Yeah. Um. What is it this time? Your magnet. It gets you where you need to go and fast. But it also attaches very easily to vandalist security robots. Oh. Need to get in close to an enemy? Use the magnet. Ja, das wissen wir doch schon. Also, if you manage to knock an enemy into the air, The magnet will bring you up to them quickly. Ah, okay. What an amazing piece of technology. Dude, this arm was made for picking up garbage. That's not what it looks like from here. Aber hey. Wir machen das meist aus dem Arm, nicht wahr? So, los geht's. Und vor allem, warum der auch die Arm, ne? Die OP haben wollte, verstehe ich halt echt nicht. Wow. Wow. Okay, das war geil. Der Spiel ist so funky. Ich liebe es. Oh. Ohlala. Boom. Okay, das haben wir schon mal alles ja aufgeballert. Höh. Kales Statue. Das ist jetzt alles Gold, was glänzt. Grafe Kales Statue an, um Zahnräder zu erhalten. Je mehr Grafe mit perfekten Teilen durchfühlt, desto mehr Zahnräder herhältst du. Vor die Statue. Okay. Nochmal. Bam. 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 Bam, Junge. Bam, Junge. Jawohl, perfekt. Ich habe alles in Griech, du. So, jetzt gehen wir hier hoch. Hallo? Hier hoch. Und hier runter, Batterie. Kommt jetzt ein großer Fight oder so? Oder warum ist das hier so komisch? Wissen wir noch nicht. Das sieht nach einer Arena aus. Ja. Wollt. Oh, fuck. Warm, Junge. Warm. Aha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Im Rhythmus. Im Rhythmus. Perfekt. Oh. Woo. Fuck. Was soll das denn? Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Weg mit dir. Boom. Nein. Auffassen, dolu. Auffassen. Wow. Ey, yo. What the fuck? Bro. Bam. Jawohl. Jawohl. Oh, nee. Den letzten Mal hab ich wieder verkackt. Ich schieße die Uhr. Oh, wie cool. Ey, yo. Kommt her. Auffassen. Ah. Müsst du auffassen. Oh, oh. 1, 2, 3, 4. Nein, schon wieder verkackt. Ich hasse es. Bam. Ey. Na. Nice. Spezialangriff. Oh, fuck. Verkackt. Ich sag nicht, ich treffe jemanden. Egal. Der ist ja der Letzte, also es ist kein Problem. Bam. Oh, fuck. Verkackt. Jawohl. Die war alles. Sehr gut. B, D, B, C. Ja, ich hätte ein bisschen besser spielen können, aber ich sei halt nicht so wild, nicht wahr? Alex gefiext, gar kein Problem. Oh. Was ist das? Maximale Halle leiste, okay. Maximale Halle leiste. Geh mal die AP hier. MAP hier. So. Splich, Splich, Splich. Ich weiß nicht, was ich mir sehen. Habe ich sogar. Wupp. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1. Ich hab nicht drauf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, genau so. Wupp. Mein. Hallo. Hey there. Nice. Nice opinion. One mal is you. I'm inside your hope. Oh, ich brauch das eigentlich als Sound Alert. Oh, das macht der Sound Alert, ja. Oh, Spectra. Our informant sent me code implying it's an AI. Apparently hidden in all Vandalay's Project Armstrong robotic cards. And what makes you so worried? My source said that Vandalay never kept a project under wraps like that before. There's red flags all over this. What? You have me running around on some dark web hunch? I trust my sources. You're sounding even more suspicious than Vandalay. Ugh, Chai, just... You know what? Don't care. I'm out of here after this anyway. Ha. Um ehrlich zu sein? Verständlich, was der sagt. Alles nur wegen einem Gerücht. Und dann machen wir die... Upsala. Wo da? Was hast du gespielt? Sie auf sie ist wieder? Ha? Ha? Sie auf sie? Sie ist, sie ist, sie ist, sie ist. So, wir laufen jetzt aber hier hoch. Aber ich würde auch nicht so vertrauen, nur weil da etwa ein Gerücht ist und wir dann die Direktarbeit machen müssen. Überhaupt nicht korrekt. Mal ganz ehrlich. Ups. So, wir können weiter hoch, oder? Hier reinschauen. Hallo. Und das ist, wenn ich Rekka alles, was sie weiß, über die Produktion. Deine Geschäfte sind nichts, aber Lies. Psh, wie du wirst, wirst du einfach nur die Flur verletzen. Die Hitzeflur. Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Nee, 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 nee. So. Oh, Vorsicht. I'm being on point. Eyeblouse on fleek. Boom, Junge. Perfekt. Wie weit müssen wir noch hoch? Wir müssen da hoch, oder können wir hier weit? Das sieht aus, als ob es hier weiter geht. Hey, yo, what? Tot. Oder nicht? Wieso bin ich ja nicht hochgekommen? Na. Na los. Jawohl. Und hier hoch. Äh, da hoch. Jetzt gucken wir, ob wir es wieder schaffen, hochzuspringen. Ich nehm den nächsten. Jawohl, diesmal haben wir es geschafft. Perfekt. So. Und jetzt hier lang. Cool. Buddy, dies. Oh, das sieht wie Spaß. Und jump. Bring den Rhythmus. Dies, äh, dies sind Rhythmus-Trampoline. Äh, hier gewinnst du zusätzliche Anhöhe, wenn du im Rhythmus sprungst. Äh, 808 lässt sich wissen, wie oft du springen musst. Springe mit dem Takt-Treffer-Timing mit, während du in der Luft bist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei. Eins, zwei. Bam. Jawohl, das war cool. Ich mag's. Ich mag's sehr. Oh, noch ein Kampf. Fight. Nein. Ey, yo. Oh. Ey, yo, what? Ey, yo, what? Aha. Oh, fuck, das hat ich geklappt. Aha. Oh. Auf, schau, 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 schau. Brrra. Ey, haben wir. Weg ist er. Oh, nein. Ich wollte ja gerade den Angeln auch machen. Nee, ich muss aufpassen. Ich gehe lieber die Fernkampf erst und tönen. Nein. Ey, hör auf. Ich könnte echt sterben. Ich muss aufpassen. Nein. Doch. Oh, wow. Vorsicht ist geboten. Jawohl. BAM. Nice. Wir müssen erst mal den hier tönen. Nein. Los. Brrra. Jawohl. Ein, zwei, drei, vier. BAM. Perfekt. Jo. Fantastisch. Toteriger Fanta. So, dann gehen wir mal weiter, ne? pierp. Hu. Please do not walk under the quest machine when you use. I can't believe I even have to say this. das war knapp und dann nehmen wir die kohle mit und dann okay wartet so wir warten noch 123 haha da können wir nicht lang okay ist ihr euch verschickt hier lang ich liebe es oh was ist das noch ein kampf 1,2,3,4 1,2,3 und verkackt nein schon wieder verkackt war mir mehr schon wieder verkackt ich idiot bam komm bleib hier jetzt aha jetzt ist er da oder auch nicht jetzt aber gar kein problem ist alles gefixt so alles was du hast dankeschön jetzt weiter wo geht es da können wir nicht durch aus irgendeinem grund das mich ein bisschen ärgert und das war eine kiste vielleicht brauche ich etwas dafür oder muss ich etwas ausschalten nee nee ich habe keine ahnung sorry freunde so ist hier was oh what wovon wurde ich denn gerade getötet oh es hat mehr breite upsie mehr breite als ich erwartet habe habe ich das dadurch geschafft ja aber ganz schön knapp das war ja hoops so jetzt aber bam ich habe alles alles hat ja ab tekt so worüber gehen die hier gerade Oh no, okay, ist hier doch was versteckt, oder? Ja, siehste. Pull-A-P. M-B-P. So. Netz hier hoch. Wie oft muss ich springen? Dreimal. Oh. Oh, boss weit. Von B, aber. Oh, von normalen Roboter. Okay. Los. Aha. Und bam. Oh, wack, wack, kackt's. Naja, egal. Und tschüss. Jawohl. Lott. Aha. Bam. Los geht's. Komm. Geht da unten? Sehr schön. Kommt ihr noch was? Das nochmal, okay. Bam, wir haben ja. Nice. Boom. Nice. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Nice. Kommt schon. Upp. Jawohl. Nein. Ey, yo. Bam. Bam. Oh, los. Oh, ich muss nie sein. Bam. Weg mit dir. Jawohl. Oh, zweit. Geht's hier weiß. Oh. Was passiert jetzt? Wo lang? Oh, da, lang. Los. Oh, hier ist wieder eine Nachricht, die wir vorlesen können. Problem mit der Tramlinie. An all minus production at Wendalee von Rekka mit Ed Wendalee. Hey, Rekka hier. Zunächst mal. Warum fallen diese ganzen Tramlinien aus? Und was auch immer die Antwort ist, egal, repariert das. Rekka hat es nicht durch Ausreden an die Spitze geschafft. Rekka hat es an die Spitze geschafft, indem die Dinger lichter selbst dann, wenn es gar keinen Sinn machte. Also, behaltet eure Meinungen oder eure Fakten oder was auch immer für euch. Rekka will sie nicht hören. Rekka glaubt auch, dass wir mehr Tramlinien brauchen. Also findet Platz dafür. Okay. Aber hey, Tramlinien sind nicht mal so schlimm. Außer die werden halt nur für die Wirtschaft gebraucht und nicht für den Personal-Nahverkehr. Dann natürlich ein bisschen Kacke. Halt auf, Chai. Siehst du die Tür? Ich kann nicht die Sicherheit auf dem einen. Es ist eine ruffe Route, aber viele Städte. Du weißt, ich mag es spannend. Das sieht aus wie viel Spaß. Warte, kann ich hier durch? Nee. Okay, warum das da mir dann angesprochen wurde? Wenn ich dann noch nicht durchgegangen? Ich hab keine Ahnung. So. Geht noch nicht an. Na dann. Los. Oh, wow. Okay, das ist cool. Ich sehe gar nichts. What the fuck? Oh, das ist so cool. Aha, perfekt. So wieder A gehört. Nichts passiert. Egal, nochmal da. Links. Links. Rechts. Rechts. Diesmal A. traits. Das ist so cool. Ich sehe gar nichts. Das ist so cool. Gute. Das ist so cool. Okay. Okay. Oh. Ja, das ist es. Ja. Wir geben nicht zu leid auf, du. Okay, dann gehen wir nicht hoch. Ja. Hier alles. Oh mein Gott. Minimini, Minimini, Minimini. So. Da ist was, natürlich. Nichts übersehen. Ja, ja. Was sind diese elektrische Barriere? Komm schon. Ich dachte, das könnte in Hande kommen. Bereit für das, Chai? Mal raus. Peppermint einsetzen. Oh, was? Zeig noch mal. Wer kommt sie denn überhaupt? Aber teleportiert. Schießt mein Peppermint auf Objekte, um diese zu zerstören oder zu aktivieren. Rufe Peppermint durch gedrückt halten von RT und lass sie das Ziel anwählen. Lässt du RT los, feuert sie. Oh, cool. Nice. Oh, auch im Rhythmus. Schau die mal an. Ah. Oh. Wie hast du... Nur ein bisschen temporale Ausflugung. Es ist ein bisschen kompliziert. Nicht deine Lingo, aber eine von 808's hidden Featuren. Du könntest das ganze Zeit hier gewesen sein. Ich dachte nicht, dass du mich brauchst, Herr Confident. Ja. Na ja. Na ja. Na ja. Egal. Immerhin hilft sie uns. Gewissermaßen. Auch weil wir ihre Decksarbeiten natürlich immer noch und übernehmen, ne? So. Ich ziehe noch was. Uiuiui. Noch mehr Verblick. Es sieht nicht aus, dass du diesen Rumpf machen kannst. Aber siehst du den Rumpf? Ja. Let me guess. Ja. Telefon mich in. Ich kann diese für dich aktivieren. Ja. Er klingt wie ein Video-Games-Tutorial. Reiß Zielen. Pfeile mit der... ähm... Pfeile mit der Kamera RS. Pfeile mit Zielen. Während du RT gedrückt hältst. Du kannst Schein mit LS bewegen. Doch wenn du dich zu weit von Pfeile in Wärts zieht, zieh sich zurück. Okay. Feuer. Sobald du dein Ziel anvisiert hast, lasse RT los um zu feuern. Lässt du RT los ohne ein Zielvisiert zu haben? Pfeile mit Pfeile. Okay. Pfeile mit Pfeile. Schau das aus. Boom. Ah. Komm. Plattform. Ich brauche dich. Bump. Perfekt. Haben wir es geschafft. Und dann hier lang. Immer schön die Augen aufhalten. Es kann ja überall immer noch was versteckt sein. Dürfen wir vorstellen. Dürfen wir vorstellen. Der Pfeile. Pfeile präsentiert von Wanderlei. Das aller alleinigen Patenten. Patenten. Inhabers. Patenten. Inhabers ist Symbols für alle Richtungen auch recht zu erhalten. Will ich diesen Fall überall sehen. Nun wird sich niemand mehr auf unserem Campus verirren. der Fall weiß den Weg. Denn der Fall weiß den Weg. Meine Güte. Das war ein bisschen anstrengend. Es tut mir leid. Ich habe. Ja. Ich werde einfach zu doof sein. Es tut mir leid. Freunde. So. Und schieße. Bump. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Und. So rüber. Fuck. Und jetzt hier. Bump. Perfekt. Wir haben es. Okay. Das ist nichts zum kaputt machen. Das ist nichts zum kaputt machen. Da. Fuck. Jetzt. Okay. Ist instant. Ich dachte ich muss ein bisschen vor. Ne. Im vorausschießen. Aber ne. Es ist. Oh. Oh fuck. Nochmal. Nochmal bitte. So. So. Jetzt hier rüber. Perfekt. Nehmen wir das auch noch mit. Und. Zack. So. Jetzt haben wir es. Oh. Wieder eine große. Freche. Äh. Freche. Ja. Fläche. Wow. Okay. Kämpfe mit Peppermint. Nutzt Peppermint um raschfeindliche Barrieren zu zerstören und Gegner zu betäuben, damit Chai eine Chance zum angreifen hat. Chai kann Barrieren nicht allein zerstören. Ihr müsst also zusammenarbeiten. Peppermint kann auch dabei helfen, Gegner in die Luft zu jonglieren und leichtere Gegner zu betäuben. Ja. Nice. Das ist doch wunderprächtig. Ruf sie rein. Ruf Peppermint in den Kampf, indem du RT drückst. Du musst dich anhalten und ziehle. Peppermint greift den Gegner an, den auch Chai bekämpft. Ja. Perfekt. Aufladen. Du musst warten, bis Peppermints Leiste wieder aufgefüllt ist, bevor du sie erneut herbeirufen kannst. Behalte ihre Leiste im Blick, um zu sehen, wann sie wieder einsatzbereit ist. Dann los. Nein. Oh, das. Wäre ich auch mal okkassiert. Bam. Jawoll. Boom. Ja. Aha. Leute, wie der weggefetzt ist. Wie geil. Das waren alle Gegner. Oh, ich mag es hier einladen. Sehr. Oh, da. Hallo. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Komm her. Und tschüss. Jawoll. Aha. Unbegesach. Jawollek. Auffassen. Auffassen. Jawoll. 1, 2, 3. Bomm. Bumm. Bumm. Fähigkeit ist bereit Jawolek Und alle sind weg Gib mir alle deine Sachen Warte, da hab ich was gesehen Nehmen wir Jawolek Da können wir noch mal kurz rüber Wir schaffen das rüber, oder? Wir schaffen das doch bestimmt rüber Siehste, easy Hast du was versteckt? Okay Dann müssen wir irgendwann mal backtracken Ich verstehe So, dann gehen wir mal jetzt hier rüber Ich will jetzt mal gegen den Boss kämpfen Ich bin gerade so schön hyped Und los So, meine Güte Okay, sorry Freunde Oh nein, verfehlt alles Fuck Okay, das war scheiße Ich hab's allzu viel Egal So Hallo Kollege Ich hab's allzu viel Analyzing your skills And it seems like someone has altered your abilities Have you felt any side effects? Like someone temporarily appearing beside you? Ja Uh, that's, um, Peppermint Well, it seems very useful You can pull this, Peppermint Being into battle To help with combos Or distracting enemies I can even tell This strange light form Can keep airborne enemies In the air longer Uh-huh Your battles seem ripe with possibilities Yeah, but it's a lot all at once I can tell It looks like using it Takes a bit out of you You'll need to wait a moment Before bringing this light form Back into battle Yeah Just take care of yourself Keep hydrated And watch that partner gauge So you know when you're ready Sehr gut Na dann gehen wir mal weiter Uh, das sieht auch nach einem großen Areal aus Erstmal die Kizze kaputt Kizze Bum Gibt mir alles All die Heilung Bum, Junge Ja Ja Und wir haben es rüber geschafft Perfekt So, nun Oh Oh, oh Boom Und da hoch Haha Bam Ein, zwei Woo Okay, langsam hab ich den Dreh raus Ups Langsam krieg ich eher den Rhythmus raus Oh no Ich kann die ganze Zeit in der Luft bleiben Nice Nein Fuck Falsch das Boom 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 So, ich mach jetzt hab ich besser Ringer A, B, B, S Siehste Langsam komm ich rein Langsam komm ich rein Du Updates Update Pass B, 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 B Bam Push, push, push Oh, da Perfekt Da Hallo Oh, das war knapp Du Das war sehr knapp Perfekt Oh, warte, ich kann ja auch die Fassen hier kaputt machen, nicht wahr Und da krieg ich halt minimal noch etwas Yes So, ist hier noch was kleines, ne, was kleines versteckt Nö Doch, da ist das versteckt Hinter dem Teil Ja, ja Perfekt So, und dann drauf ballern Perfekt Oh 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Nice Boom, Junge Fuck, nochmal Oh, da kommt nichts mehr raus Upsi, oder? Ne, da kommt nichts mehr raus Okay Oh Oh Ich kann Aha Wir zahlen das Upgrade Okay, Gesundheitstank Dafür haben wir jetzt die Kohle dafür Ähm Lebenskern Machen wir mal Spezialangreife Jetzt zusätzliche Techniken für deine Verbindung im Kampf kaufen Okay Okay, in dem In diesem Menü Links oder rechts Zum Wechsel Oh, wie cool So Master Blaster So, Master Blaster Vielleicht ist es besser Ich glaube das hier So, jetzt haben wir gar keine Kohle mehr Aber ist nicht so schlimm Ah, so gut Das ist so gut Okay Okay Und Warte Da Und hier ist nichts Ich dachte Man kann damit irgendwas machen Da muss man ja drauf schießen Oh, ich habe mich noch reingehört Oh, was? Wo lang, wo lang, wo lang Da Junge Man muss das auch erst mal sehen Boom Ja, okay Okay, wow Teamwork Oh Eine Kitze Oh 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 Los Diesmal schafft wir jetzt Bam Diesmal Oh Diesmal wird es geschafft Oh Hier nennt Perfekt Oh, ich habe fast meinen Controller geschrottet Bei dem Spamman 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bum 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 Der Gut Zwei Hoppa 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 1, 2, 3 Lalalalalala Ey, yo, ey, yo Ey, yo, ey, yo, what the fuck Das ist jetzt Das ist jetzt überhaupt nicht cool, man Überhaupt nicht cool Hup Oh 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 Now's your chance You won't want to miss this show Hallo Ne, Peppermint kann da nicht wohl helfen Dann gehen wir jetzt hier rein Das Level ist ja ziemlich groß Aha, noch ein Kampf Ja Boah Nein, verkackt Ne, warte, wie geht das denn nochmal Nein Ne, wie macht man nochmal die Kombo Ach, oder habe ich das noch nicht ausgerüstet, kann sein Oh, okay Na komm Nein Nein Uiuiuiuiui Nein, 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 nein Ei, Junge What Boah, diesmal zum ersten Mal verloren Krass Okay, auch cool zu wissen, wie man verliert So, einen Moment Boop 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 Diesmal, diesmal schaffen wir jetzt Los geht's Fakt mich ja, wie man die Skills macht Aber da muss man die echt noch ausrüsten 1, 2, 3 1, 2, 3 Warte mal kurz, Kombo-Liste Spezialangriffe Ne, Partnerangriffe Kann ich während des Abbringungsverwetter Rufe Ja Umschalttreter Beim Land eines Takttreffers Während einer Bohnen-Kombo Okay Probieren wir mal Oh, Leute Hä? Ich verstehe es, man ist so ganz Wie soll es denn funktionieren? Ich muss dort checken Weil ich Ich weiß nicht, ob die nur RT drücken Oh, fuck Einen Moment Warte, 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 warte Ich muss es mir anschauen RT, ja Diese Angriffe erhöht Die Aufladung der Hall-Leiste Naja Warte, erstmal Hier Ey, yo What Jetzt Bak, bak, bak Die ganze Zeit Oh, yo Nice Nice Ausgleichen Off, ich deOME Ihr Nice Ausgleichen Man muss schon Wolfram ich habe es nur einmal hingekriegt aber jetzt wird es immer wieder schwieriger als hinzukriegen naja, irgendwann lernen wir es halt noch richtig ne warte ich weiß ich habe, ok egal was? nochmal oh zu früh, schön aha, jetzt aber so, wupp, auf oh das Büro ok wir spielen es cool, ja jetzt erstmal kaputt machen, ja, dankeschön ich weiß, dass ich mich in trouble mache, aber ich weiß, dass ich mich in trouble mache, aber ich denke, das ist die Liebe in meinem Leben oh 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 du armer ich bin so excited ich bin so excited lass mal lesen gut hier seit der unterhaltung ein gespräch mit recker auszug aus einem exklusiven interview mit recker der leiterin der produktion bei wendele technologies wendeleys produktionsausstoß war in der letzten zeit äußerst beeindruckend recker nicht beeindruckend genug also ich weiß nicht wie man mit einer durchschnittsprodukt steigerung von 300 prozent in den letzten fünf jahren mitteilen kann recker und das halten sie für gut recker sagt es nochmal nicht beeindruckend genug aber deshalb schreiben sie nur artikel und sind nicht in reckers position das war ein kompliment miss oh haben sie sich gerade geoffert das hat recker sehr wohl und das tut sie doch mal wenn sie recker noch einmal miss nennen sie können doch nicht einfach so ein reporter einfach sie können doch nicht einfach so ein reporter aufhalten recker tut was recker tun will und sobald projekt armstrong die welt im stuhl erobert hat werden sie um aufregen battle um ein weiteres interview zu bekommen na ha so erstmal daran hier 1 2 3 verstehe es nicht ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht so ganz vielleicht geht es halt nicht an den automaten aber egal so hallo du bist 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 okay und jetzt schauen wir mal bb o boss fight dann seid ihr bereit Ah! 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 You wanna be successful? You wanna be productive? Then you gotta be aggressive! And when a defect punk like you wants to run out of here, you're just asking for it! Asking for what exactly? You disrespecting me? That's it! The gloves are coming off! Uh oh. I can see that. What was your plan for this, Peppermint? I don't know. Fight? You're paying me double for this. But I'm not paying you anything. Hey! I'm the main show here! So let's get ready to crumble. Woo! Come on! Come on! Oh! Oh! Come on! Oh! Komm her! Oh! Come on! Komm her! oh oh! Schnell weg! Oh wow! Wir müssen echt vorsichtig sein, sie ist nicht mal ohne wo oh wow wo er hat schufe geschafft noch drei weiter Oh! Oh, oh! Oh, oh! Warte drauf! Oh, wow! Oh, wow! Bam! Jawoll! Ordentlich schade! Schön ausgewischt! Aha! Oh nein! Schon wieder! Ich steck hier fest! Scheiße! Warte drauf! Fuck, 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 fuck! Wuuuh! Abstand bleiben! Warte drauf! Bleib auf Distanz! Ja, weil die macht jetzt wieder den AOE-Hangerfleisch! Oh, fuck! Jetzt! Oh, oh! Aha! Ah, nein! Boah! You ain't gonna ruin this company's grip! Ah! Ah, nein! Oh, oh! Oh, oh! You're going out! With the trash! Oh, oh, was? Oh, lord! Oh, wie cool! Wow! Okay, das war geil! Komm her! Okay, das war geil! Komm her! Nein! Wieso geht das nicht? Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, fuck! Wir wollen nicht laufen! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! 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 Oh nein, nicht schon wieder. Na, komm her. Nein, wieso spült die weg? Oh. Okay, die macht gerade Schaden. Nein. Ich habe doch gerade... Ich habe doch gerade links oben das LP gedrückt und er hat sich einfach an Rekka herangezogen. Scheiße. Oh, andere Hälfte, machen wir weiter, okay. Nein. Wieso geht das nicht? Ich hasse das. Nein. Aufstehen, aufstehen. Ey, yo. Komm. Jetzt. Okay, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Eins, zwei, drei. Na, fahr. Ja, jetzt habe ich es. Jetzt brauche ich aber eine Leiste wieder. Drei, drei, vier. Eins, zwei. Oh, oh. Komm her, komm her. Oh, wow. Doch nicht. Oh, jo, 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 jo. Aha. Komm her. Nein, nicht mit mir, du. Perfekt. Jetzt aufpassen. Komm. Oh. Nein, 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 nein. Oh, oh. Vorsicht ist geboten. Wir müssen immer das Teil da finden, das da. Das war dumm. Das war ich nicht. Weg, 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 weg. Genau. Eins, zwei, drei. Und los. Jawohl. Komm. Wir haben sie. Wow, ist sie tot? Ich wollte sie nicht töten. Ich wollte sie nur besiegen. Holy shit. Vielleicht ist sie tot. Wo ist sie? Ist sie jetzt wirklich tot? Oh. 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 Du sagst, mach es zu stoppen. Rekka, bitte sag mir, dass du mit dem Defec... Und was in der Hölle bin ich? Der Name ist Chai, nicht Defec. Wo ist Rekka? Hm. Oh, hast du gehört? Better starten eine neue Produktion-Head. Ist das ein bisschen schade? Oh, jetzt ist das ein guter Gespräch. Willst du mich das wiederholen? Zanzo, ich denke, du bist muted, honey. Ich dachte, ich wollte... Korsika, mach deine Leute in der Produktion. Oh, ja, 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 Herr. Geh jetzt. Schreib, was du willst. Siehst du das? Peppermint und ich werden deinen Scheiß mit deiner eigenen Technik verkacken. Peppermint? Und wenn das nicht genug ist? Schau mal meinen Arm. Ich kann eine Gitarre machen und schlafen sie. Idiot, komm. Die sahen sich auch sehr ähnlich. Oh. Peppermint und der Chef sahen sich auch sehr ähnlich, wie ich fand. Vielleicht sind die ja verbann. Vater und so. Tochter, ne? Nice. T nur? Schade. Wie nur C. Ich hab nur zwei Cs und der Rest ist B und dann nur A. Eigentlich hätte ich B bekommen sollen. Naja, egal. Egal. Schade. 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 Wie, Schade. Was, der Arbeit getan hat? Wie, sind Sie so dumm? Jetzt wissen sie mich. Nein, Sie sind nicht alleine. Und... Es ist schade. Ich muss das ganze Planen zurückdenken. Es gab eine Planen? Was?! Okay. Ich hätte hätte, dass ich auf einem Power Trip habe. Ich bin Watensäß. Aber du hast deinen Daten, ja? Spectrum? Die Daten, die Vandalay gesagt hat, kann man eigentlich mindkontrollen Sie? Ich war wirklich nicht so, was ich? Just check this out. Hey! Was sind Sie? Es syncs mit Project Armstrong Interfaces. Try es auf dich selbst. Das ist nicht Armstrong Tech. Ich habe die Schmutz auf meinem Arm. Das ist nicht so, was ich? Und mit einem einfachen Schmutz... Nichts, dass du richtig bist all diese Zeit und ich bin ein Stubborn-Loser. Also, Peppermint ist viel cooler als ich. Oh, yo, was die... Still doubting? Aber du hast mich gesagt, das. Ich könnte Vandalay haben das für, you know, Researcher oder so? Nur du würde das nicht finden, das zu spüchern. Der Punkt ist, sie können. Und ich muss das nicht stoppen. Well, ich wünsche dir gute Glück. Try. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich aus dieser Eiland rauskomme und fühle mich ein bisschen verantwortlich, um die Dinge zu spüchern. Great! Du bist hierbei ein Mitglied meiner Organisation. Cool, cool. Unsere kleine weine Indie-Titel. Hey, äh... Chai, bevor du rauskriegst, möchte ich dir etwas zeigen, was ich gearbeitet habe. Was jetzt? Okay, das war richtig cool gerade. Die Cutscenen sind unglaublich gut gemacht. Das Spiel ist einfach fantastisch. Lass uns jetzt mal anschauen, was sie hier zu sagen hat. So, es sieht aus, dass ich deine Energie-Source modifiere, um deine Abilitäten zu mikro-managen zu machen. Ich brauche keine Hilfe. Ich weiß, dass du eine Rockstar bist, aber wir müssen zusammenarbeiten. Okay, wir haben jetzt 12.000, ne? So, das ist, was ich auf der Arbeit gearbeitet habe. Oh, was kommt jetzt? Das sind custome Chips, um ein paar von deinen Abilitäten zu verbessern. So, wir werden jetzt wieder auf der... Okay, danke, Mann. So, ja, dann schauen wir mal. Ach, äh, Tee. Na dann. Aha. Ausrüstung. Jetzt haben wir es sehr gut. Perfekt. Dann gucken wir nochmal die anderen Chips, die wir haben. Batterie halten auf. Ne, 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 ne. Wir haben da getroffene Gegner. Ja. So, wir haben jetzt Angriffe. Wir könnten mal ein paar Sachen nehmen. Komm. Oder halt. Das. Uh, auch nicht schlecht, aber die endet nicht so schön. Oh, das endet schön. Reden. Oh. Das nehmen wir. Perfekt. Ja, war leck. Und für Peppermann. Kanonen-Stachel. Jetzt nicht mehr, was das macht. Ah. Perfekt. Spezialgriff haben wir irgendwas Neues. Blackslide. Oh, wie cool. Wir hatten ja jetzt Overdrive-Slash, ne. Ich würde es gerne ausrüsten. Perfekt. Was macht das hier? Oh Gott, okay. Ja, nice. Ja, nice. Und Items brauchen wir erstmal nicht. Perfekt. Wir kriegen die ganze Zeit Achievements. Neue Nachrichten. Ja. Okay. Da haben wir wohl einige verpasst, wie es scheint. So, was ist das hier? Kampf. WC. Das war alles Achievements, ja. Sonst. Nix Besonderes. Aber. Ich würde dann sagen, Freunde. Wir spielen auch Selbstgespräche. Und damit. 08 Spiel. Ja, so, was war. So. Dann, würde ich sagen, Freunde. Wait. Und second thought. I wanna get prepped. Ja, und das ist dann für heute gewesen sein sollte. Deswegen bedanke ich mich für heute fürs Zuschauen. Und. Bis jetzt dann hoffentlich wieder beim nächsten Mal, ne, Freunde. Also dann. Ciao, ciao.